so ein recht sich gleich an ja sieht doch cool aus eigentlich alles soweit das ist ja doof da müssen wir aber hier mal richtig ein hauen so und der hat auch keins so blöd und so das müsste gerade so funktionieren warum der denn hier auch kein wasser hat er das muss mal aufrüsten hier richtig gerade und eins heran setzen das schmeißt das geld geradezu sehr raus so jetzt ist es mal schluss jetzt gucken wir erstmal wie es aussieht doch hat doch was hier das ist eine schöne satelitenstadt wo man nicht wohnen möchte oder ich wirklich aber naja so sieht es in der wirklichkeit auch oft aus hier das sieht schön aus das hier das gefällt mir richtig was ist denn da hier ist alles abgebrannt und das ding und lehrt sich ist nur prozent vorher kann was doch rausschmeißen ist so gut das ist doch schön dann weg damit reißen okay hier staut sich auch der ganze kram oder staut sich auch furchtbar das ist ja furchtbar und hier wie viel haben die den neuen lagermenge 100 prozent was tank ja cool 4 von 27 19 von 20 ja okay das ding läuft nicht das kann ich auch abreißen wie läuft die sitze mit unserem wasser aus hier wasser entsorgen und das meint ich eigentlich wasser verfügbar ist mal wieder eins dazu bauen so den reißen wir ab und dann brauchen wir einen neuen von diesem super ding an hier heute mal wo sind und desto teuer heute kostet 85.000 das ist zu teuer er macht zwar lärm hier aber funktioniert wenigstens so angeschlossen habe ich das ding er läuft auch schon denke ich so musik ja klärung läuft läuft und hier müssen wir noch ein ein pümpchen setzen das wasser denn da muss doch im wasser stehen oder da geht das auch ich jetzt nicht verstanden das ging ich konnte den da hinsetzen ihr habt es gesehen ich weiß auch nicht was sinn macht außer betrieb ne das funktioniert nämlich nicht nicht dumm okay dann muss ans wasser also müssen wir den irgendwie hinsetzen ist alles nix so und dann müssen wir natürlich anschließen sie so mit dem läuft er sagt ja schon eine menge weg guck mal oje da lege ich das gerade trocken oje man sieht dennoch wahnsinn wahnsinn was das ding das legt das trocken wirklich ist unglaublich also wie geil eigentlich dass du das so simulieren kann ja liebe freunde ich ganz kaum glauben aber die halbe stunde schon wiederum ich bedanke mich sehr herzlich fürs zuschauen und wünsche euch alles liebe klingt so blöd aber ich wünsche euch echt alles gute bedanke mich fürs zuschauen und freue mich über ein like oder ein abo ihr könnt mich abonnieren wenn er da unten auf abonnieren klickt ja ansonsten haltet die ohren steif und holt euch einen kaffee es gibt kekse wollte ich nur sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss so herzlich willkommen zurück zu die skyline ist das mega monster wasserabsaugeprojekt hier sauge ich echt zu viel glaube ich läuft ja noch normal ja ne verfügbare menge ist okay vielleicht sollte ich doch mal so ein paar wassertürmchen bauen immerhin 60.000 pro woche ich brauche noch hier so wassertürmchen machen die lärm ja die machen lärm das noch auch das noch aber ich kann ja hier sein hinsetzen vielleicht hier sei lärm oder oder wo es lärm hier ist lärm nie da wollen weil ich das ja jetzt mal so ein hin genau hier so so hin so dann haben wir noch zusammen noch einen weiteren es müsste das eigentlich noch weiter hoch gehen genau oder man aus dem türmischen weil ich will nicht das ganze und hier müsste ja eigentlich das wasser sieht man auch nach der punkte das rhein wahnsinn ja so jetzt heißt es erst mal wieder ein bisschen knete sparen das ist denn da sind hier aus und da modisches geschäft ein überqualifizierte arbeit das sieht doch gut aus was haben wir hier was ist das denn ach ja das ist ja das pio für alles so schnell das ist der die müll entsorgung ich glaube ich muss noch weitere industrie bauen wo bauen wir die denn noch hin frage ich mich gerade das kann ich oder hier runter vielleicht noch so richtig das könnte ich auch machen die warte mal warte mal das ist ja vielleicht total dumm ja gute frage was mache ich denn jetzt warte mal etwas wollen wir denn was wollen wir denn überhaupt machen jetzt gucken wir mal erst mal wie die bodenschätze hier liegen das muss ich noch mal gucken so also hier haben wir noch bodenschätze und ende hier auch noch also ich könnte ich auch naja dann mache ich das hier unten könnte ich noch industrien machen genau da machen wir das auch mal hin also da wo die bäumchen sind da kann man noch industrien setzen und zwar würde ich direkt sagen von hier dann daneben das muss ja den klicksen oder so oder so runter das wäre auch nicht schlecht hatte mal mache ich das lieber so